Guten Tag, ich komme wegen der Wohnung, die Sie in der Zeitung annonciert haben. Ja, das haben wir hier. Okay. Hallo? Hallo? Kann ich rein? Warum nicht? Achten Sie mal. Guten Tag. Hallo? Guten Tag, ich komme wegen der Wohnung, die Sie hier annonciert haben. Ist das die Wohnung? Ja. Die möchten wir verkaufen für 200.000 Euro. Ach so, also ich habe in der Zeitung gelesen, 30.000 Euro war auf die Hand. Haben Sie so viel? Ja. Kann ich mir die Wohnung mal angucken? Können Sie mir die Wohnung mal zeigen? Oh, ja. Also, und das ist hier die Schlafzimmer? Ja. Wie viel Quadratmeter? 120 Quadratmeter. Mit Fenstern, ne? Mit Fenstern. Ja. Klappen die Fenster auf? Ja. Okay. Und, äh, was haben Sie noch für... Und hier noch? Aha, da ist ja ein Kinderzimmer groß, ne? Ja. Aquarium mit drin. Es sind im Moment 10 Stück, die werden 2.000... Ne, ich will kein Aquarium kaufen. Machen wir mal so, also, äh, mir gefällt die Wohnung. Ich ruf Sie morgen an. Ja. Wie machen wir das mit dem Schlüssel? Äh, ich will, äh, dein Geld erst mal auf Hand. Ja. Alles. Mhm. Und dann können wir ja regulieren. Gut, dann ruf ich Sie morgen an. Ja. Ich, äh, ich hole meinen Mann noch mal vorbei, da gucken wir mit meinem Mann mal durch. Die ganze Wohnung. Aber mein Freund muss auch gucken. Ja, klar, natürlich. Ich wollte ja erst mal so grob gucken. Ja. Die Kinderzimmer und Schlafzimmer. Was, äh, kann ich mal die Küche sehen? Ja. Ja. Äh, wie lange wohnen Sie schon hier? Äh, nicht sehr lang, fünf Jahre. Ach so. Ja. Wollen Sie umziehen, oder? Nee, ich hab jetzt, äh, eigene Villa. Ach so, ja. Da ist die Küche, ne? Ist die Küche mit drin im Preis? Ja, die werden alles zusammen. Alles zusammen. 30.000 Euro hatte ich gelesen in der Zeitung, ne? Das ist aber ein bisschen wenig, oder? Sie haben noch 30.000 geschrieben. Ist höher geworden jetzt? Ja, ein bisschen mehr, ne? Wie viel denn? 30.000 kostet Küche. Gucken Sie sich mal. Ach so. Ja, gut, also, da muss ich natürlich mit meinem Mann darüber reden, was er dazu sagt. Er guckt sich das Haus auch technisch so an, ob das im technischen Zustand. Wie ist eigentlich, äh, mit dem Dach? Ist das neu gebaut, oder? Ja, alles neu. Ist alles dicht, ne? Ja, ja. Mhm. Okay. Ja. Und kann ich mal auf dem WC sehen? WC? Ja. Guck mal, tue die Bezüge. Ach so, das sind die Kinder. Und WC? Ja. Ja, da. Das sind die Kinder. Ach so. Ach so, da ist die WC, ne? Mhm. Schön. Also, ach, Sie haben zwei WCs? Ja. Hier haben wir noch was. Das ist, was war eben für die Gäste, oder? Für, ne, WC. Ach so. Und hier ist der Bade. Ach so. Badezimmer, ja. Mhm. Ja, gut, also, ne, brauche ich nicht, danke. Ne, ne, das mag mein Mann nicht. Ne, danke. Und zwar, äh, machen wir das so, also, mir gefällt die Wohnung sehr. Ja. Ich sag meinem Mann Bescheid, ich versuch den mal zu überreden, und, äh, dann rufe ich sie morgen früh, dann rufe ich sie morgen früh um sieben Uhr an. Geht das? Ja, ja. Ja, morgen früh um sieben Uhr. Ja, ja, wie machen wir das denn mit dem Schlüsselübergabe? Äh, erst mal Geld, und dann, äh, kommt das, äh, Schlüssel. Ach so, ja, okay, dann natürlich, klar. Äh, gut, dann rufe ich, äh, meinen Mann gleich an, und sag, dass mir die Wohnung sehr gut gefallen hat, und wer sich dann morgen wieder anrufen. Rufen Sie duschen. Ne, ne, danke. Ne, ich, ne, ich rufe sie. Ja, sind Sie so. 42, ich rufe Sie morgen an, und verschworen. Sind Sie blond und so? Wollen Sie eine Anzahlung haben? Jetzt sind Sie blond. Ja. Machen wir mal so, passen Sie mal auf. Ja. Ich rufe Sie morgen früh. Sie sind aber guter Alter, ne, 42. Ja, natürlich, danke. Aha. Sie sind auch sehr hübsch, ne. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Gut, machen wir mal so. Also, ich rufe Sie morgen früh an, ne. Ja. Und, äh, ich spreche mit meinem... Wie heißen Sie noch, ne? Melanie. Melanie. Ja. Melanie. 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 Ich rufe Sie morgen, äh, ich rufe Sie morgen früh an, und sag, dass, äh... Möchten Sie Frau ein paar prüfen? Nee, nee. Was ist denn hier? Naja, aber können Sie hier auch abschließen? Warum? Ja. Nee, ich meine, da können Sie ja besser... Nein, bitte nicht. Ja, komm. Bitte nicht. Komm. Nein. Ah, die Kinder, was? Naja. Nein. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Beschluss. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Komm, Sie. Nein, bitte. Nein. Ja. Nein. Nein.